Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal habe ich 4 Cases der Firma Spigen im Test. Welche Cases mir am besten gefallen haben, das sieht man nach dem Intro. Viel Spaß! Spigen ist ja bekannt für ihre hochwertigen Cases mit einem ebenfalls sehr einfachen und dennoch sehr schicken Design. In meinem Test habe ich diesmal 3 verschiedene Cases und einen Bumper für das iPhone 5 und natürlich auch für das iPhone 5s. Schauen wir uns jetzt erstmal die jeweiligen Modelle etwas genauer an. Sehr schön finde ich auch, dass beim Bumper noch eine Schutzfolie dabei ist für die Vorder- und Rückseite und noch ein Reinigungstuch für den Display. Bei der transparenten Ultra-Hybrid-Case liegt ebenfalls neben der Display-Schutzfolie auch noch ein Skin dabei. Dieser kann dann auf die Innenseite der Case geklebt werden. Erst einmal lässt sich sagen, dass bei allen 4 Modellen die Aussparungen für die Unterseite, also für Kopfhörer und den Dock-Connector und für die laut und leise Buttons an der Seite, sowie die Kamera auf der Rückseite sehr passend und präzise ausgeschnitten sind. Schauen wir uns nun die Cases im Einzelnen mal etwas genauer an. Fangen wir mit der transparenten Ultra-Hybrid an. Wer die edle Farbgebung des iPhones nicht durch eine Case verändern möchte, aber dennoch einen recht guten Schutz für das iPhone haben möchte gegen Kratzer und so weiter, der sollte sich diese Cases etwas genauer angucken. Das iPhone lässt sich hierbei sehr leicht in die Silikon-Case einlegen und man kann es natürlich weiterhin ohne Einschränkungen bedienen. Leider habe ich auf der Rückseite der Case einige kleine Kratzer, aber hierbei habe ich die Kratzer lieber in der Case als im iPhone. Kommen wir nun zum zweiten Modell, dem Bumper. Dieser mit dem Namen Neo Hybrid X Slim habe ich in der goldenen Variante, es gibt ihn aber auch noch in anderen Farbvarianten. Auch dieser hat wie alle Modelle ein Lay-on-the-Table-Design. Das heißt, liegt man das iPhone mit der Case auf den Tisch oder so, dann liegt das Ganze auf dem kleinen Rand der Case und nicht direkt auf dem Display. Die Rückseite ist natürlich wie für einen Bumper üblich komplett frei. Geschützt wird hier lediglich der Rahmen des iPhones. Dies sieht wie ich finde aber dennoch wirklich sehr gut aus, aber meiner Meinung nach hätte der Bumper auch etwas fester am iPhone sitzen können. Wer kompletten Schutz für das iPhone möchte, da eignet sich die Touch Armor Case. Das iPhone sitzt hierbei auch sehr fest in der Case und man kann es zudem sehr gut in der Hand halten. Speziell hierbei ist, dass sich das iPhone in der Case in einem sogenannten kleinen Luftpolster befindet. Sollte das iPhone also mal runterfallen, oh, ups, dann ist es hierbei auch noch besser geschützt. Wie auch der Name der Case verdeutlicht, hat man hierbei einen sehr guten Schutz für das iPhone und zudem sieht die Case auch optisch mit den Buttons und dem offenen Apple-Logo sehr gut aus. Kommen wir nun zur letzten Case und zudem auch zu meinem Favoriten. Es handelt sich hierbei um die Neo-Hybrid in der schwarzen Farbvariante. Die Case ist sehr schlicht gehalten und trägt auch nicht dick am iPhone auf. Zudem liegt die Case auch durch die mattierte, gummierte Rückseite sehr gut in der Hand. Allerdings sieht man hierbei auch manchmal ein paar Fingerabdrücke. Diese lassen sich aber wirklich sehr einfach und schnell wieder entfernen. Durch das schlichte und praktische Design sowie einem guten Rundumschutz gefällt mir diese Case besonders gut. Gut, das war es jetzt eigentlich auch schon im Großen und Ganzen zu diesem Test und dem Direktvergleich der einzelnen Höhen. Alle Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr weitere Meinungen zu den Cases oder ein paar andere ähnliche Cases sehen möchtet, dann schaut doch mal bei IT-Wate und bei iReview vorbei. Der Link zu den Videos sind ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Das soll es jetzt auch schon wieder von meiner Seite aus gewesen sein. Jeder hat natürlich einen unterschiedlichen Geschmack bei den Cases. Möchtet ihr das iPhone lieber so wie es ist, also ohne Case oder welche Cases gefahren euch besonders gut? Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns mal wieder im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.